Was ist das, was ist das? Testen Sie schon heute die Produkte von morgen. Oh, der wirkt irgendwie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary, du bist wieder mal unmöglich. Es heißt, die Vater-Franklin-Automaten werden bald frisch bestückt? Ein Jahrgang der Sparsamkeit zu Ihrem Sitz. Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock, natürlich. Der Prophet segne und beschütze Sie. Ach, die arme Frau, was die gelitten hat. Leid macht noch keine Heilige. Es schadet auch nicht. Das schadet auch nicht. Hast du den gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Aha, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln. Die Vox aus dem Skyline-System Madame Lutess, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Stimmt, 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 Stimmt. Stimmt, Stimmt. I sing down by the fire inside the light Last some... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bedauere, Freund, hier ist gesperrt. Gehen Sie zur Verlosung. Das sollte man nicht verpassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe da so ein Gefühl. Du hast immer so ein Gefühl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und nun hat die Verlosung 1912 Offiziell begonnen! Hey, Mister! 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 Möchten Sie vielleicht einen Ball? Was will die Kleine von mir? Sorry, ich kaufe nichts! Dummchen! Die Verlosung kostet doch nie was! Erleben Sie hinterm Mond? 77 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke in die Daumen. Bring mir die Trommel! Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Kolumbia? Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77! Tja, was sagt man dazu? Nummer 77? Holen Sie sich Ihren Preis! Das ist der erste Mord! Bitte! Bitte! Bitte nicht! Ich weiß, es war meine Schuld! Bitte, bitte! Nein! Bitte! Was tut sie? Na los, hirfst du jetzt? Oder trinkst du deine Kaffee etwa lieber schwarz? Oh, da haben wir ja einen ganz schüchternen! Nehmen müssen wir auf die Sprünge hin! Moment! Da ist er! Wo hast du das Brand zwischen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterheldigen Schlange dem falschen Hirten macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen! Zeugt ihm, wie wir das hier machen, Jungs! Haltet ihn! Haltet ihn! Die heiße Hirte will unser Lamm auf Absehe geführen! Ausatmen! Ausatmen! Geh es nirgendwo hin! Ausatmen! 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 Was hast du getan hat?! Hier! Mach das Tor! Obstallt ihn! Halt es! Verrächte genau! Ich hab's Ihnen gesagt, komm, Stock! Man verkauft der Kundschaft das Paradies, und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja, ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Neger-Häftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun. Die Begründung der Maschine und der Mensch in die Alliäuser Weil sie aus ihrem Ges... Possession now turns Maschine and Man into Allies. Halt und melisse, um eine ghostliche Trappe zu schaffen. Die Begründung der Gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert, mir egal. Der Drangskerl ist im Park! Verscherst du mit zwei, »»! » » – Das war's für mich, Herr. Was ist das? 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 Was ist das?